Sie ging in die Geschichte von Schwiegertochter gesucht ein, nachdem sich Beate Fischer vor knapp zehn Jahren zunächst selbst als Liebesanwärterin für einen Single-Mann der RTL-Kuppelshow beworben hatte, suchte sie in den darauf folgenden Staffeln selbst als Kandidatin aktiv nach dem Mann. Obwohl sie dabei stets Unterstützung von Mama Irene Fischer bekam, wollte es mit der Liebe dann aber letztlich doch nicht klappen. Dennoch entpuppten sich Beate und ihre Mama schnell als echte Zuschauerlieblinge. Umso enttäuschter waren viele Fans, als sich die Kultkandidatin nach dem Tod ihrer geliebten Mama im Jahr 2017 dazu entschied, nicht mehr bei Schwiegertochter. Seither ist Beate Fischer, abgesehen von einigen seltenen Auftritten bei RTL, nahezu wie vom Erdboden verschluckt. Was die RTL-Kandidatin heute macht, wo sie lebt und wie es ihr geht, ist nicht bekannt. Noch vor einigen Monaten behauptete eine okmak.de-Followerin, dass die Schwiegertochter gesucht Kandidatin nach wie vor in Bayern leben soll. Ich hatte sie im Juni in meinem Hotel im Bayerischen Wald plötzlich im Zimmer stehen. Sie ist dort Zimmermädchen und hat die Türe mit ihrer Karte aufgemacht, obwohl ich ein Schild bitte nicht stören rausgehängt hatte. Im Speisesaal machte sie vor. Im Interview mit InTouch kam dann auch Serienkollege Ingo vor einigen Wochen auf Beate zu sprechen, gab aber zu, dass er heute keinen Kontakt mehr zu ihr hat. Leider habe ich keinen Kontakt mehr zu ihr oder weiß, wie es ihr geht. Ich hoffe aber, dass es ihr gut geht und dass sie ihren Traummann gefunden hat. Und das wäre der sympathischen und liebevollen Kultkandidat.